Musik Durch die Simulation versucht der Mensch sich der Verantwortung für die Realität zu entziehen. Die Macht des Versuches ohne Verzug zur Wirklichkeit bestimmt seine Epoche am Ende des 20. Jahrhunderts. Medizinische Eingriffe von Computern, Egalanrechner, digitale Verfassung des Menschen sowie die globale Vernetzung tritt nun ein Urteil dieser Erwohnungenschaft. Musik Nicht alles davon ist schlecht, aber einiges liebt den Bösen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Don't shoot! 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 Don't shoot!